So wollen wir gleich hier die nächste Nebenmission machen, ja, sichere Lieferung Alter, ich hab jetzt gedacht, wo ist die Frau, wo ist die Frau? Yeah, so macht man das in Hongkong, ja Was? Was mithelfen? Ja, guck mal her Na So schön in den Reifen. Wow. Damn it. Behind us. Yeah. Bam. Du hast überlebt. Du nicht, Digga. Du nicht mit mir. Nicht mit mir, Digga. Geiler Move, Digga. Hier geht es mal richtig fett zur Sache, Digga. Kaboom, Digga. Kaboom. Kaboom. Schön noch in den Rücken geschossen, Alter. Look right. Look right. So, nicht mit mir. Nicht mit mir, sag ich dir. Okay. 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 Danke. So. Okay. Mann, ey Das wäre ja gar nicht mehr aufhören Was? Haben wir es nicht geschafft? Ey, wir haben es geschafft, oder? Haben wir es geschafft? Ich habe jetzt gedacht, der bleibt stehen, weil er was nicht geschafft hat, Alter Echt, das ist dein Auto? Aber ich frage mich echt gerade Wo die nächste Mission ist Ich weiß es gar nicht Haben wir eigentlich noch eine? Ich glaube schon Müssen wir gleich jemanden anrufen Scheiß drauf, ich mache jetzt erstmal hier alle Nebenmissionen Will ich auch nicht, will ich nicht, will ich nicht Ich will auch kein Rennen Oh, klauen wir uns einfach mal ein Auto Ja, da klauen wir uns einfach mal so ein fettes, dickes Auto Oh, die Karre, die bringt ja gar nichts, Alter So, erstmal hier Komm schon Gib mir Radio, Junge Oh, der tat gut, Junge Der tat echt gut Komm schon Oh Mann, Alter Da kommt ein Auto nach dem anderen Und die Oh, ich hasse LKWs auf dem Berg Die sind so arschlagsam Fickt euch Macht euch weg Ja, was gibt es denn So, komm schon Alter Komm schon Das kann doch nicht alles sein hier Okay Mann Mann Ey, die Musik geht mir richtig Auf den Dreck, Mann So, jetzt haben wir es aber geschafft, oder? Boah, ey Fahren und so Oh, nee Okay Okay Ich kann sie nicht mehr sehen Ich denke, wir sind safe Let me out Gut Erstmal während der Autobahn Werden da In der Auf der Autobahn Erstmal aussteigen lassen Jetzt Schilder erstmal da So, rein Spark Vielleicht steht ihr in der Nähe des Bam Bam Klops Einer rum Okay Ähm Markierten Spark Printen Da wollen wir den mal suchen, wa? Heute ist ein richtiger, geiler, sonniger Montag Und ich hab frei Geil Ah, ist das geil Ich bin total müde Ich hab gestern 16 Stunden erstmal geschlafen, alter 16 Stunden Geht mal klar, Junge, oder? Geht mal klar, Junge, oder? Oh Oh Müssen wir den Dahin fahren Dann kriegt man nämlich wieder Kohle Und das ohne Schaden Deswegen kann das ein bisschen dauern, dass ich jetzt 500 Meter mal so fahre So Boah, alter Das Das Wert 41.364 Ja, das passt So So Oh, toll 41.26 Gefällt mir gar nicht So Erhaltende Belohnungen Spark Aber ich frage mich echt wirklich gerade WTF Ja Ich hab keine Mission mehr Wieso hab ich keine Mission mehr? Ich hab doch Oder hab ich schon alle Missionen gemacht? Nee, das glaub ich nicht, oder? Hab ich das Ende verpasst? Nee, hab ich nicht, oder? Nee Nee, glaub nicht Oder doch Das seh ich grad irgendwas Ich seh gar nichts mehr an Ziel oder sowas Oder an Missionen Das macht mich jetzt ein bisschen stutzig, muss ich sagen Oder sind das Missionen? Ich weiß es nicht Ich versuch's einfach mal Uh, da blinkt Da blinkt wohl Bestimmt wieder Geld für mich Oh, das Oh, siehst du Da haben wir schon wieder fast eine halbe Viertel Million Komm, ich brauch ein Auto, Mann Ich will nicht laufen Das war jetzt echt scheiß knapp So, wir möchten jetzt Da hin Oh, Junge, ey, komm Dann fahr ich halt selbst hin Mir auch, Brille Ja, was meinst du? Ich glaub dir jetzt dein Auto Und sei glücklich, Mann Vollkasko zahlt, natürlich Also, hau rein Kriegst einen neuen Flitzer Was hat da grad explodiert? Was ist da grad explodiert? Verdammt Ich hab doch gar nichts gemacht Und es explodiert irgendwas Ich versteh's nicht grad Warum und weshalb Ich, ja, ähm Keine Mission mehr hab Also keine Hauptmission Ich hab, glaub ich, das Ende verpasst Oder sowas Keine Ahnung Hab ich irgendwas verschlafen?